Andreas Stamm heute in London, eine Katerstimmung oder wie soll man das beschreiben? Ja, Katerstimmung, es ist auf jeden Fall sozusagen das Verhindern des Schlimmstmöglichen, sozusagen die Korrektur dessen, was gestern passiert ist. Denn das war das zweite Mal, dass der Deal ins Parlament ging. Und zum zweiten Mal haben die Abgeordneten ziemlich deutlich gesagt, das ist, was wir nicht wollen. Und jetzt sitzt der Schreck tief, obwohl das natürlich absehbar war und was nun tun. Und dann ist es eben diese Abstimmung heute Abend, die erstmal den No-Deal ausschließen soll, mit all diesen rechtlichen Hinkefüßchen, die da eingebaut werden. Aber am Ende des Tages wird das Parlament, glaube ich, sehr deutlich machen, dass es No-Deal nicht will, den Austritt ohne Abkommen, denn dafür sind die gravierenden wirtschaftlichen Folgen, dafür fürchtet man sich einfach zu sehr davor, und zwar eine große Mehrheit im Parlament. Und dann wird morgen eine weitere Abstimmung folgen, wo es dann darum gehen wird, ob man Brüssel bitten wird, das Austrittsdatum zu verschieben. Sozusagen den Artikel 50-Prozess noch zu verlängern. Und auch da deutet sich natürlich eine Mehrheit an. Rechtlich binden mag das nicht sein, aber die Regierung wird da nicht drum rum kommen und wird vielleicht auch ganz froh sein, denn es ist zumindest ein wenig Zeit, um durchzuschnaufen, wenn Brüssel darauf reagiert und das annimmt. Und einen neuen Lösungsversuch, einen neuen Weg irgendwie zu gehen, auch wenn niemand weiß, wie der aktuell aussieht. Denn ja, aufheben oder aufschieben, das ist schön, aber damit ist das Problem eben überhaupt nicht aufgehoben. Und je nachdem, wie lang diese Verlängerung sein wird, ist damit sozusagen eben nur aufgehoben, aber nicht nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ja, der eine Akteur ist ja London, der andere Akteur ist die EU. Und die widersprechen da jetzt wirklich immer reinweise und sagen, nee, das, was ihr da gerade wieder loslasst. Zum Beispiel, man hat so den Eindruck, man will das No-Deal-Szenario ein bisschen schönreden mit Zöllen, die nicht erhoben werden. Und dann widerspricht Brüssel wieder und sagt, nee, stimmt eigentlich nicht. Was erzählt ihr da? Was ist das für ein Spiel? Nun, in Brüssel, glaube ich, ist es das Problem, dass einfach 27 Mitgliedstaaten sind, die einstimmig dem noch nicht gestellten Antrag, aber falls die Briten kommen und sagen, wir hätten gerne Verlängerung, die da einstimmig zustimmen müssten. Und da ist natürlich eine Kakophonie oftmals gegeben, also so ein Vielklang. Da sind einige, die sagen, die brauchen mindestens 21 Monate, um überhaupt irgendwie eine Lösung zu finden. Das mag realistisch sein, klingt aber natürlich erst mal nach 21 Monate Verlängerung. Könnte also auch sein, um hier weiter Druck auszuüben, dass es vielleicht doch noch in einem dritten Anlauf für den Deal klappt. Auch das ist nicht ausgeschlossen in dem Chaos hier. Auf der anderen Seite steht dann jemand wie Jean-Claude Juncker, der ganz klar gesagt hat, vor der Europawahl muss das durch sein, sonst kriegen wir da rechtliche Probleme, was die Europawahlen angeht. Und das sind nur sechs bis acht Wochen. Da sind aber andere wieder, die sagen, was sollen denn die Briten in acht Wochen hinkriegen? Wie sollen sie das denn lösen? Und insofern ist da ein bisschen Unstimmigkeit noch in Brüssel. Aber die haben ja noch ein bisschen Zeit, denn erst mal muss hier in Großbritannien sozusagen klar sein, wir wollen eine Verlängerung und was für eine Verlängerung und vor allen Dingen wie lange und für was. Und für was, mit welchem Argument, richtig. Und dann könnte, so signalisiert man aus Brüssel ja, könnte man darauf eingehen. Aber mit klaren Angaben, worum es gehen soll. Schauen wir mal noch auf die Menschen, schauen wir auch auf die Presse. Was ist da los heute nach dieser Abstimmung gestern mit diesem Brexit-Chaos? Wie wird das aufgenommen? Ja, die britischen Boulevardblätter, die überboten sich heute mit Schlagzeilen. Da wurde vom Haus der Idioten oder der dummen House of Foos hinter mir, das Parlament, geredet. Und die Sun sagte, das ist eine Horrorshow, die da abläuft. Das ist natürlich richtig. Aber auf der anderen Seite wissen die natürlich auch, dass Schlagzeilen Zeitungen verkaufen, aber keine Probleme lösen. Und es gab gestern Abend eine Schnellumfrage, nachdem der Deal wieder mal abgelehnt wurde. Und da sagten zum ersten Mal 50 Prozent der Leute, also eine klare Mehrheit, Theresa May sollte vielleicht mal Schluss machen, zurücktreten. 32 Prozent, sie soll weitermachen. Jetzt ist das nicht unbedingt repräsentativ. Aber was dabei rauskam, war auch, dass ungefähr ein Drittel der Leute einen No-Deal wollen. Ein Drittel wollen, dass weiter verhandelt wird. Und ein Deal wollen gar keinen Brexit. Ein Drittel. Und da sieht man mal wieder mal, es ist wie im House of Commons, wie im Parlament, auch in der Bevölkerung. Alles ist total polarisiert durcheinander und für nichts findet sich gerade eine Mehrheit. Ja, drei Drittel kriegt man schlecht zusammen zu einer Mehrheit. Dankeschön, Andreas Stamm, für die frischen Einschätzungen aus London.